Moin Moin und herzlich Willkommen zu dieser neuen Reaction. Schön hast du wieder eingeschaltet. Heute schauen wir uns ein Video vom Kanal Meister Prepper an. Das Video heisst die besten Tauschmittel für die Krise, das Prepper Wissen. Ich bin sehr gespannt, dann lass uns das mal anschauen. Servus ihr Lieben. Heute geht es um Tauschmittel, die ihr in der Krise oder einem Notfall benötigt. Was sind denn da so die besten Tauschmittel? Da würde ich mal sagen, gibt es zuerst mal zu unterscheiden. Ist es eine kurzanhaltende Krise oder doch eher was Längerfristiges? Kurzanhalten wäre jetzt zum Beispiel ein Blackout, der dauert vielleicht maximal zwei Wochen. Und danach ist die Welt dann eigentlich wieder in Ordnung. Längerfristig, das sind jetzt so die Sachen, die auf uns zukommen könnten. Das wäre ein Krieg. Oder Schlimmeres, wenn der Gashahn zugedreht wird und wir kein Gas mehr bekommen, dann wird es für diesen Winter ja noch lang. Aber für den nächsten Winter würde es dann doch spannender werden. Und dann müsste man sich halt vorbereiten. Was mir aufgefallen ist, er hat ein leichtes Flacker-Problem in seinem Bild. Das liegt wahrscheinlich daran, dass seine Kamera nicht optimal eingestellt ist. Die filmt wahrscheinlich mit 60 FPS und das teilt sich halt nicht durch unsere Netzfrequenz. Unsere Netzfrequenz hat ja 50 Hertz. Und jetzt musst du halt dann die Kamera am besten auf 50 FPS, also das Videomaterial, zum Beispiel Full HD 50 FPS oder 4K 50 FPS einstellen. Oder 25 geht auch. Einfach alles, was sich teilen lässt und am Schluss dann die 50 ergibt. Also alles, was sich durch 50 teilen lässt, so muss ich sagen. Es kann aber auch am Shutter-Speed der Kamera liegen. Der Shutter-Speed sollte eigentlich immer doppelt so hoch sein wie die FPS der Kamera. Also wenn du zum Beispiel mit 50 FPS aufnimmst, solltest du ein Hundertstel Shutter-Speed haben. Oder wenn du mit 25 aufnimmst, solltest du ein Fünfzigstel Shutter-Speed haben. Und dann wäre das Problem dann auch erledigt. Damit hatte ich auf meinem Kanal auch schon ein paar Videos, wo ich Probleme hatte. Aber ja, sind halt so Kleinigkeiten. Also, was immer ein gutes Tauschmittel ist, obwohl es eigentlich gar kein Tauschmittel ist, das ist Bargeld. Es ist immer gut, etwas Bargeld im Haus zu haben, so ein paar hundert Euro. Weil wenn da mal die Geschäfte irgendwann mal zu sind oder der Strom ausfällt und die Kreditkarte nicht mehr funktioniert, ist es gut, wenn man Bargeld hat, um sich noch Sachen zu kaufen. Auch beim Nachbarn zum Beispiel. Beim Bargeld weiß man mehr oder weniger im Moment noch, was es wert ist. Bei einer längeren Krise oder Inflation und das Bargeld halt am Wert verliert, dann müsste man vielleicht auf andere Sachen zurückgreifen. Diese andere Sache könnten zum Beispiel Edelmetalle sein. Gold und Silber. Da ist es auch nicht verkehrt, sich was zuzulegen. Auch mit Blick auf die Inflation. Gold und Silber behält immer seinen Wert. Egal, was das Papiergeld ihm für Streiche spielen möchte. Über dieses Thema habe ich ja letztens auch ein Video gemacht. Bargeld, da bin ich voll bei ihm. Bargeld sollte jeder zu Hause haben. Edelmetall muss man halt auch schauen, ob man sich das leisten kann, wie viel man sich leisten kann. Und ich weiss nicht, ob das wirklich so optimal ist, das in eine Krise als Tauschobjekt einzusetzen. Ich war zwar auch der Meinung, ich habe dann auf mein Video über die Finanzen einer Krise, habe ich dann einen Kommentar gekriegt. Da hat jemand geschrieben, dass halt während einer Krise, wenn man dann mit Edelmetallen handelt, man ziemlich ausgenommen wird, sage ich mal. Ich habe darauf etwas recherchiert und bin da auch auf Geschichten gestossen aus dem Zweiten Weltkrieg, wo halt Familien zum Teil nichts mehr zu essen hatten und dann den gesamten Familienschmuck hergeben mussten für einen Sack Kartoffeln oder so. Also Familienschmuck, wir sprechen da von mehreren Tausend Euro an Wert, halt für einen Sack Kartoffeln. Aber das ist dann halt auch Angebot-Nachfrage. Das wird wahrscheinlich auch mit Bargeld nicht anders laufen. Klar, nicht in einer kleinen Krise so. Am Anfang werden sich die Leute schon noch einigermassen an den Wert richten, wo halt das Geld oder die Ware auch ausserhalb der Krise hat oder gehabt hat. Aber irgendwann wendet sich dann halt das Blatt und halt Dinge, die gefragt sind, halt auch eben Nahrungsmittel und so, werden dann halt extrem teuer. Man muss dann halt schauen, wie viel man bereit ist, dafür auszugeben. Die Inflation steigt, steigt auch der Goldpreis und dadurch behält es seinen Wert. Immer beliebt sind Genuss- und Suchtmittel zum Tauschen, also sprich Kaffee, Zigaretten, Alkohol. Da bietet es sich natürlich aber auch an, dass man halt eben die Sachen lagert oder Vorräte hat, die man möglicherweise auch selbst benutzt, weil man sie sonst vielleicht irgendwann umsonst gekauft hat. Also ich als Nichtraucher zum Beispiel würde mir jetzt keinen Vorrat an Zigaretten zulegen. Da würde ich eher auf Kaffee zurückgreifen oder auf Alkoholiker. Ja, finde ich eine gute Einstellung, werde ich auch so machen. Also zum Beispiel, ich selbst rauche auch nicht. Ich dampfe zwar, aber rauche halt nicht. Ich werde mir auch keine Zigaretten kaufen, nur falls dann mal eine Krise kommen könnte, dass ich dann was zu tauschen habe. Ich tausche dann auch lieber mit Kaffee, mit Alkohol. Ja, also finde ich auch nicht gut, wenn man sich da extra irgendwas zulegt, einfach damit man es hat, damit man was zu tauschen hätte, weil es ist ja nicht gesagt, dass irgendwann eine Krise kommen wird und dann, wie er sagt, hat man es sich umsonst gekauft. Eine benutze ich mehr, das andere weniger. Also ich trinke jeden Tag viel Kaffee, aber wenig Alkohol. Aber zur Not würde ich auch Alkohol trinken. Was ich nicht machen würde, wäre rauchend. Und Alkohol muss man halt auch sehen. Also da würde ich auch eher was Hochprozentiges mir zulegen für eine Krise, weil es kann man dann auch zum Desinfizieren brauchen. Und ich denke auch, es wird dann eher hochprozentiger Alkohol eher gefragt sein als irgendein Likör oder so, weil viele Leute würden sich dann halt ihr Likör oder ihr Alkohol dann selbst machen und je höherprozentig man den Alkoholgehalt, also Promillewert vom Alkohol hat, umso mehr kann man das dann verdünnen und umso mehr Möglichkeiten hat man halt dann mit dem Alkohol. Also klar, für jemanden, der halt Alkohol trinken will, ist auch ein Bier oder eine Flasche Wein viel wert in der Krise. Aber ich glaube schon hochprozentigen Alkohol, also Vodka, Strohruhm, irgendwie so oder halt reinen Trinkethanol, das wird dann schon mehr gefragt sein. Streichhölzer und Feuerzeuge sind auch noch ein gutes Tauschmittel, weil Feuer machen zum Wärmen und so, das wird immer benötigt und niemand oder die wenigsten Leute können mit Holz oder so. Es hat das ganze Thema Tauschen, ja ich weiss nicht, also klar finde ich es gut und man sollte Tauschmöglichkeiten bereitstellen, aber es fragt sich halt, mit wem willst du halt in der Krise tauschen, was willst du tauschen? Denn jemand, der halt nicht vorgesorgt hat, der hat ja quasi eigentlich auch nichts, was er tauschen kann oder halt sehr wenig. Und alle, die halt Krisenvorsorge betreiben, tagen sich, also ich sage es jetzt mal überspitzt, die lagen sich dann halt 10.000 Feuerzeuge und Streichhölzer, 100 Hektoliter Alkohol, 20 Stangen Zigaretten und 100 Packungen Kaffee ein. Ja, was willst du dann? Willst du dann Alkohol gegen Kaffee tauschen, wobei du ja wahrscheinlich selbst genug Alkohol eingelagert hast? Das ist halt immer so das Thema. Ich weiss nicht genau, wie das dann ablaufen könnte. Ich denke eher, dass man dann halt Sachen tauschen tut mit Leuten, die halt nicht viel haben, aber von denen man zum Beispiel eine Dienstleistung möchte. Also zum Beispiel, ja, irgendwie, dass sie für dich Wache halten oder irgend sowas. Keine Ahnung, aber ich glaube, die freuen sich dann auch über eine Dose Ravioli und so weiter. Ja, das ist ein schwieriges Thema. Ohne Feuerzeug und Streichholz ein Feuer anzünden. Wenn man keinen Strom da hat und man im Dunkeln sitzt und will eine Kerze anzünden, ist das unheimlich praktisch. Kerzen sind auch das Nächste, was ich zum Tauschen anbieten würde, weil sie machen Licht, sie geben ein paar Wärme. Man kann mit Kerzen auch kochen, habe ich alle schon ausprobiert. Kerzen sind da sehr vielseitig. Gib dann die Kerzen einfach nicht deinem Nachbarn, der vielleicht unter dir oder über dir wohnt, weil wenn er dann die Wohnung ansündet, hast du auch nichts von dem Tausch. Also ja, Kerzen, ja, ich habe auch Kerzen. Ich empfehle es auch immer, Kerzen da zu haben, aber halt in einer Krise wäre das für mich eher ein Mittel, das ich halt herauszögern würde. Also bis ich dann halt wirklich keinen Strom mehr habe und da auch nur unter grosser Vorsicht würde ich das dann einsetzen. Und ich würde, glaube ich, keine Kerzen irgendjemandem bei mir im Wohnhaus schenken, so nach dem Motto, ja, da hast du Wärme, hast du Licht. Vielleicht ich würde da eher dann vielleicht günstige Taschenlampen oder so, die ich dann vielleicht abgeben könnte. Ich weiß es nicht. Was ja vor zwei Jahren mal ausgegangen ist, kurze Zeit, weil jeder wie bekloppt die Sachen gekauft hatte, ist Toilettenpapier. Wird immer gebraucht. Da ist es nie verkehrt, sich da so zwei, drei Packen in den Keller zu packen. Zur Not kann man die auch tauschen. Das Schöne an Toilettenpapier ist, man kann das auch papierweise tauschen, also blattweise, muss nicht gleich ganze Rollen oder ganze Päckchen tauschen. Generell lässt sich zum Tausch ja sagen, wenn man etwas kleinteilig machen kann, also für Raucherzigaretten zum Beispiel, lohnt es sich, die einzeln zu tauschen und nicht die ganzen Packungen und schon gar keine Stange. Da hat man doch für wenig halt viel mehr zum Tauschen. Ja, da hat er was Gutes gesagt, das auch zum Thema Alkohol. Klar kannst du natürlich Alkohol literweise, also in einen Liter oder 0,75 Flaschen lagen, kannst du machen, aber es macht dann halt auch Sinn, das in kleineren Gebinden zu lagen. Entweder füllst du das dann halt selbst ab oder du kaufst dir halt Alkohol in den kleinen Flaschen. Je nachdem, welche Größe du dann haben möchtest. Ich finde halt immer, je kleiner die Größe ist, umso besser eignet sich das dann auch zum Tausch. Weil du willst ja eigentlich, erstens willst du ja nicht einen Liter Alkohol irgendjemandem abgeben oder mit irgendjemandem tauschen. Klar, wenn er dir dafür vielleicht 20 Liter Benzin gibt oder so, dann ja. Aber oftmals übersteigt ja dann eigentlich ein Liter Alkohol den Wert vom Artikel, mit dem du tauschen möchtest. Aber derjenige, der tauschen will, hat natürlich schon gesehen, ja, du hast natürlich literweise Alkohol. Und deswegen, dann nimmst du halt eine kleine Flasche, sagst halt zum Beispiel, ja, ich habe nur diese eine oder zwei Stück oder so, ich kann dir das geben, würde ich dann eher so wahrscheinlich machen. Auch noch zum Thema Toilettenpapier. Macht auch Sinn, da genug vorrätig zu haben. Nicht nur zum Tauschen, du kannst es auch benutzen zum Feuermachen, um die Nase zu putzen, um den Gegenstand zu reinigen. Also du kannst es ja im Prinzip wie Haushaltspapier auch einsetzen. In die gleiche Kategorie gehört natürlich auch Taschentücher, Haushaltspapier. Du kannst dir mit dem natürlich auch den Hintern abwischen. Also so ist es ja nicht. Es ist auch gut, wenn du da breit aufgestellt bist, etwas zu Hause, von allem etwas zu Hause hast. Das macht sicherlich Sinn. Wie weit das dann Tauschobjekt sein wird, weiss ich nicht. Wie gesagt, wegen dem Thema, wo ich vorhin schon angesprochen habe, du willst ja dann wahrscheinlich nicht mit einem Prepper tauschen, weil ja, der hat ja selbst eigentlich genug. Ich würde halt mit solchen Dingen vielleicht auch den Leuten etwas aushelfen, je nachdem, wie hart die Krise sein würde, wie gefährlich die Krise sein würde. Kann man ja auch, ja, wenn die Krise nicht allzu gefährlich ist, kann man ja auch irgendwie mal was abgeben oder so, wenn man selbst mehr als genug hat. Nahrungsmittel generell eignen sich auch zum Tauschen. Solange man denn einen gross genügend Vorrat hat, um sie tauschen zu können. Oder auch so Sachen wie Schokolade oder sowas. Ich sehe da halt auch immer, da hat mich auch jemand in der letzten Reaction, vom Survival Wheelie war das, habe ich da reagiert, hat er mich auch darauf aufmerksam gemacht, ist mir da gar nicht aufgefallen, aber man sieht schon überall immer wieder die Haferflocken, Mehl und so weiter in den Originalverpackungen. Das ist sehr gefährlich, wenn in den Produkten befinden sich Lebensmittelmotten oder die Larven davon, die kauft man sich quasi ein. Wenn jetzt zum Beispiel diese Packung Mehl davon befallen ist, werden die dann irgendwann schlüpfen. Die können sich durch die Verpackung durchfressen, befallen dann das Mehl nebendran, das hier oben, gehen dann nach unten und auch den Reis und so, dann hast du irgendwann ein echtes Lebensmittelmottenproblem und dann kompletter Vorrat, also überall, wo die Viecher rein können und die können sehr vielen Orten rein, also auch so solche Packungen, also Chipspackungen und so, wobei ich glaube, Chips nicht gerade bevorzugt sind, aber zum Beispiel Nudeln, Teigwaren, da gehen sie auch gerne rein in so Knuspermüsli, die können sich da wirklich durchfressen. Deswegen macht es eigentlich Sinn, die Sachen umzufüllen in luftdichte Behälter oder wenigstens in solche Kunststoffboxen, da kann man dann oben noch ein Dichtungsband reinmachen und das dann halt gut verschliessen, dann kommen sie da auch nicht so gut rein oder wie ich es mache, ich vakuumiere mir die Packungen, dann sind sie auch länger haltbar und eben auch vor den Lebensmittelmotten geschützt, weil die Vakuumierbeutel, die sind zu dick, da kommen sie nicht rein oder raus. Klar, gegen Mäuse und so hilft dir das dann auch nicht viel, aber immerhin gegen die Motten, was ja eigentlich bei den Meissen das primäre Problem ist. Eignet sich wunderbar zum Tauschen, weil wird immer gern gegessen, die Nachfrage ist auf jeden Fall da. Achtet aber beim Tausch immer darauf, dass ihr euch nicht ins eigene Fleisch schneidet, also tauscht nichts, was ihr selber benötigt. Ich zum Beispiel würde jetzt ungern Wasser tauschen, mein Wasservorrat ist halt begrenzt und wenn man mal kein Wasser bekommt, ist es schwieriger. Ja, da gebe ich ihm recht, da muss man dann selbst haushalten, man weiss oft wahrscheinlich dann nicht, wie lange die Krise dauern wird oder dauern könnte und auch Nahrung, ja, ich würde schon das eine oder andere vielleicht abgeben, was ich vielleicht selbst nicht so mag oder halt wirklich viel zu viel davon habe, aber generell wäre ich da, glaube ich, schon ziemlich geizig und für mich hätte das dann wahrscheinlich auch grossen Wert, so die Nahrung, weil, wie gesagt, wenn du dich dann, sagen wir mal, für 30 Tage vorbereitet hast oder sagen wir mal 90 Tage, ja, du kannst dann nicht allzu viel abgeben, wenn dann die Krise wirklich drei Monate andauern würde, dann brauchst du halt im Prinzip jede Kalorie von deinen Vorräten und alles, was du halt abgegeben hast, fehlt dir dann am Schluss. Wasser, genau dasselbe, würde ich auch nicht abgeben, vielleicht noch eher, wenn ich an Frischwasser komme, wenn halt die Gewässer nicht verschmutzt sind und es auch nicht zu gefährlich ist, nach draussen zu gehen, dann vielleicht schon, dann würde ich dann auch vielleicht etwas Wasser filtern für vielleicht mal Nachbarn oder so, ja, müsste man dann schauen, aber generell, wenn es eine harte Krise ist, würde ich auch kein Wasser abgeben wollen. Was ich vielleicht tauschen würde, wäre Wasser, das ich halt durch meinen Filter gejagt habe, weil wir haben hier in der Nähe einen Bach, das wäre okay, da könnte ich dann halt einfach das abfüllen und das dann tauschen. Den Filter an sich würde ich nicht weggeben, weil ich habe nur den einen und den brauche ich ja dann vielleicht selber. Was auch gut zum Tauschen sein könnte. Wegen dem Filter, einer ist immer relativ schlecht, also mindestens zwei Stück. Man muss immer für Redonanz sorgen. Das heisst, ja, den Filter, den wir jetzt vorher gesehen haben, da auf dem Bild, wie schnell kann er dir aus der Hand fallen im Wasser und dann schwimmt er davon, du erreichst ihn nicht mehr und schon ist er weg. Oder du wirst überfallen, er wird dir abgenommen, da würde ich dann mehrere Sachen haben, also mehrere Filter und vielleicht auch verschiedene Filter, also verschiedene Verschmutzungsgrade vom Wasser. Zu Beginn, wenn man halt relativ sauberes Bachwasser hat, reicht auch ein ganz einfacher Filter, aber für später vielleicht, wenn vielleicht die Gewässer dann verunreinigt sind, wäre halt ein etwas besserer Filter dann auch noch vorteilhaft. Könnte das wären sowas wie Hygieneartikel, vor allen Dingen Seife, für die Frauen vielleicht Tampons oder sowas, Shampoo, Zahnbürsten und Zahnpasta, könnte ich mir vorstellen. Irgendwann, wenn man die in längerer Zeit nicht hat, ist man dann vielleicht doch mal froh, wenn man sich mal wieder ein bisschen wohl fühlt in seinem Körper, mit seinem Körper. Ein anderes Tauschmittel, das könnten Batterien sein oder Akkus, die man ja für ganz, ganz viele Geräte braucht und wenn man irgendwann keine mehr kaufen kann, ist das halt schade, weil da laufen die Geräte nicht. Von daher ist das, glaube ich, auch noch ein gutes Tauschmittel und ist auch klein genug und mehrere in der Packung, dass man auch einzelne Batterien tauschen kann. Ja, Batterien, das sehe ich auch so, auch Hygieneartikel. Meistens hat man ja eigentlich für sich selbst viel zu viel dann eingelagert, weil so mit einer Flasche Shampoo, Flasche Duschmittel, in eine Krise kommst du mehrere Monate aus, weil du wirst ja dann nicht ständig dich duschen und waschen, von daher, ja und man hat dann halt schnell mal vier, fünf, sechs Flaschen Shampoo und Duschmittel eingelagert, auch Deo, hat man eigentlich dann für sich selbst viel zu viel und da kann man auch gut tauschen und Batterien sowieso. Einfach bei den Batterien, vielleicht nicht nur ausschliesslich Doppel-A- und Triple-A-Batterien lagern, sondern vielleicht auch mal etwas exotischere Batterien, sofern du die dann auch in deinem Alltag ab und zu mal brauchst. Also ich habe immer noch ein paar 9-Volt-Blöcke da, ich habe ein paar von den ganz grossen Runden da die MIGON-Zellen, ich habe auch ein paar Knopfzellen-Batterien in verschiedenen Grössen da, auch zum Beispiel Knopfzellen-Batterien für Hörgeräte, das könnte auch relativ beliebt werden zum Tauschen, weil viele Leute besitzen ein Hörgerät oder halt andere Dinge, die halt über so Knopfzellen-Batterien versorgt werden und die werden dann wahrscheinlich nicht in den Mengen verfügbar sein, wie die ganz normalen, zum Beispiel die Doppel-A-Batterien. Also von daher macht es sicherlich auch Sinn, sich ein paar exotischere Batterien einzulagern. Medikamente wäre auch noch ein Punkt, das man tauschen kann, da bieten sich natürlich sowas wie Kopfschmerztabletten, was für Hals, wie Antibiotika, wenn man das bekommt, also solche Sachen bieten sich immer an oder auch sowas wie, wo Leute halt brauchen, wie Asthma oder so, Inhalationsspray oder andere Medikamente. Also diejenigen, die Medikamente brauchen, legt euch einen sehr grossen Vorrat an, falls ihr mal nicht dazu kommt, die zu kaufen. Dann habt ihr was und könnt es vielleicht sogar noch welche wegtauschen. Nicht nur Tabletten, auch Salben, auch Verbandsmaterial, Pflaster, zum Beispiel so, wie heissen die, so Steri-Strips, also wo man sich halt die Wunden, wenn man halt zum Beispiel eine Platzwunde am Kopf hat, kann man sie sich so drüber kleben und zieht dann die Haut so zusammen. Auch solche Dinge machen Sinn, weil das dann sicherlich auch gutes Tauschgut und man kann auch anderen Leuten damit helfen. Nicht nur immer die obligate Kopfschmerztablette, auch etwas weiterdenken, auch andere medizinische Versorgungsgüter können Sinn machen. Einweg-Handschuhe zum Beispiel, solche Dinge machen durchaus auch Sinn. und seid nicht darauf angewiesen, euch welche eintauschen zu müssen. Benzin und Diesel als Treibstoff könnte ich mir auch gut als Tauschmittel vorstellen. Das kann man wahrscheinlich aber nicht ganz so viel lagern, weil es nimmt halt dann doch schon einiges an Platz weg. Ähnlich verhält es sich mit diesen Gasflaschen. und bei solchen Dingen muss man halt auch immer die Gesetzeslage beachten. Nicht in jedem Land darf man halt die gleichen Mengen davon einlagen und da sollte man sich dann schon ans Gesetz halten, soweit es geht. Und man muss halt auch beachten, zum Beispiel bei Benzin und ich glaube auch Diesel, da lässt dann die Zündfähigkeit ziemlich schnell nach. Also das sollte man dann auch regelmässig rotieren lassen. Gas ist tatsächlich eine gute Alternative allgemein, weil Gas kann man ich glaube quasi unbegrenzt lange halten. Es macht dann zum Beispiel auch Sinn, sich vielleicht einen Notstromgenerator anzuschaffen, der halt mit zum Beispiel mit Benzin und Gas läuft, weil Gas ist halt einfacher einzulagern, man kann es länger einlagern, es ist kostengünstig, in der Krise wird Gas auch lang verfügbar sein und als Tauschgut gehandelt werden. Also da kommt man vielleicht dann relativ leicht dran und macht auch immer Sinn, da auf Gas zu setzen. Die man auch wunderbar zum Kochen und zum Heizen benutzen kann, könnte ich mir auch vorstellen, dass das gut zum Tauschen geeignet ist, die sind aber auch allerdings relativ groß und nehmen auch Platz weg. Aber lieber welche zu haben und nicht brauchen als umgekehrt. Was dann zum Schluss noch übrig bleibt zum Tauschen, wenn man halt gar nichts hat, kann man immer noch Dienstleistungen anbieten. Also ich mache was für dich und dafür bekomme ich das oder jenes von dir. Das kann alles mögliche sein. Eine Reparatur, die man durchführen kann, die der andere nicht kann, aber dringend braucht, weil zum Beispiel irgendwie das Fenster kaputt ist oder die Tür oder irgendwas nicht funktioniert und man hat die Fähigkeiten, das zu reparieren, kann man sowas natürlich anbieten. Da setze ich eigentlich die grösste Hoffnung rein. Jeder kann halt irgendwas, worin er sehr gut ist und halt Dinge, die er nicht so gut kann und da kann man sich wirklich gut gegenseitig helfen. Ich finde das eigentlich die cleverste Alternative, wenn es um Tauschen geht. In Sachen stellt sich natürlich auch vor allen Dingen die Frage, möchte ich überhaupt tauschen? Weil wenn ich Sachen zum Tausch anbiete, mache ich meinem Gegenüber ja klar, ich habe was und das könnte natürlich irgendwelche Begehrlichkeiten und sowas auslösen und dann würde es vielleicht dann mehr zu einem einseitigen Tausch kommen können, wenn er mich versucht übers Ohr zu hauen oder Schlimmeres aufs Ohr zu hauen und sich die Sache dann ohne Gegenwert nimmt. Ja, das Risiko besteht halt immer, da muss man sich halt, muss halt jeder für sich selbst überlegen, in sich gehen und ja, sich Gedanken machen, will ich das, will ich das nicht. Generell würde ich aber ein paar Sachen da haben zum Tausch, ob du nun tauschen möchtest oder nicht. Manchmal wirst du vielleicht auch zu einem Tausch gezwungen, oder kannst halt mit dem Tausch irgendwelche andere Gewalt oder so abwenden, ich weiss es nicht, aber da muss halt jeder selbst schauen, man muss dann auch schauen, wie sich die Krise entwickelt, vielleicht wo man wohnt, ob man eher in der Stadt oder ländlich, da gibt es halt überall Unterschiede, das muss jeder für sich selbst dann so handhaben, wie er das möchte. Das wäre zum Beispiel auch Waffen, Waffen, die ich habe, die würde ich nicht eintauschen wollen, weil ruckzuck wird die Waffe gegen mich gerichtet und dann bin ich mehr als nur die Waffe weg oder los. Von daher wären jetzt Waffen für mich nichts, was ich tauschen würde. Generell kann man, würde ich für mich so sagen, die Sachen, die ich selbst brauche, die tausche ich nicht. Da kann kommen, was will, wenn ich nur noch 100 Liter oder 50 Liter Wasser habe und ich weiß, ich werde in naher Zukunft kein Wasser mehr bekommen, tausche ich kein Wasser. Weil wenn ich dann Verdurste habe, nutzt mir auch nichts, wenn ich dafür ein Kilo Gold bekommen habe. Gold kann ich nicht trinken und kann ich nicht essen. Bei einer ganz längerwierigen Krise, die ja möglicherweise bevorsteht, könnte natürlich auch sowas ein Tauschmittel sein wie Samen, um halt dann nach der Krise oder noch schon während der Krise, wenn man nicht mehr einkaufen gehen kann, sich dann doch die Sachen selbst anzupflanzen. Um so halt über die Runden zu kommen. Also Samen bieten sich auch wunderbar an als Tauschmittel. Vielleicht nicht bei einer kurzen Krise, weil dann weiß ich, okay, ich kann in vier Wochen eh wieder einkaufen gehen, mir die Sachen kaufen, brauche ich keine Samen, dann pflanze ich die Sachen halt später ein. Aber bei einem Krieg und der ist ja nicht ausgeschlossen, ich halte es zwar für sehr unwahrscheinlich, aber ausgeschlossen ist es nicht, dass wir in den Krieg ziehen dürfen, müssen, wie auch immer. Ja. Kurzum, alles kann getauscht werden, was ihr zum Tausch anbieten möchtet und was ihr gerne eingetauscht bekommen wollt. da gibt es keine Grenzen, aber seid immer vorsichtig, dass ihr mit den richtigen Leuten tauscht. Wenn ihr mal an den Falschen geratet, könnte das nach hinten losgehen. Also tauscht am besten mit Leuten, die ihr kennt, denen ihr vertraut. Tut euch generell mit denen zusammen in der Gemeinschaft, ist es glaube ich besser, durch so eine Krise zu kommen als als Einzelkämpfer. Das hat auch so einen Punkt, da würde ich auch eher, wenn du jemanden findest, mit dem du tauschen kannst, dem du vertraust und du merkst ja auch, der hat einiges zum Tauschen, ich selbst habe auch einiges zum Tauschen, da würde ich dann eher vielleicht auch noch versuchen, mit dem halt eine Gemeinschaft zu bilden und sagen, hey, wollen wir nicht irgendwas zusammen machen, so, wir helfen uns dann gegenseitig aus, wenn du was brauchst, komm zu mir, wenn ich was brauche, kann ich zu dir kommen und man kann sich dann vielleicht auch mit Schutz und solchen Dingen sich gegenseitig helfen oder sich ablösen, Wache halten und so weiter, das ist eigentlich immer die beste Alternative. Und gebt möglicherweise nicht all eure Geheimnisse und eure Lagerpreise, dass niemand weiss, dass ihr was habt oder wie viel ihr habt. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben und ein Abo und benutzt die Glocke, damit ihr immer wisst, wenn ich ein neues Video hochlage. Das wären so meine Tipps gewesen zum Tauschen. Ich hoffe, dass wir sie niemals brauchen. In diesem Sinne, macht's gut und ciao mit Ö. Jo, dann gebe ich mal Daumen hoch, Kanal abonnieren. Ja, es war ein schönes Video, hat er gut gemacht, hat viele Dinge genannt, war jetzt nichts Aussergewöhnliches dabei, wo ich sagen muss, ja, an das habe ich noch nicht gedacht, aber ein solides Video mit guten Tipps, halt guten Standard-Tipps, sag's mal so, aber es ist dann halt auch schwierig, halt irgendwas zu finden und das halt noch nie jemand gedacht hat, so. Schaut auch gerne mal bei ihm vorbei, lasst ihm gerne ein Abo da, lasst ihm einen Daumen hoch da, bei mir dürft ihr das natürlich auch gerne machen, würde mich sehr, sehr freuen. Wenn du Vorschläge hast für weitere Reactions, wenn du Video-Vorschläge dazu hast, schreib das gerne unten in die Kommentare, werde ich mir immer durchlesen und mir dann die Videos anschauen und vielleicht gegebenenfalls dann auch drauf reacten. Jo, dann war's das mit dieser Reaction, ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich wünsche dir eine gute Zeit, sei immer vorbereitet, bis nächstes Mal, ciao, ciao. Ciao.